hallo ich grüße euch martin hier der options trader und ich würde hier gerne ein orientierungs webinar machen für meine schulungen vielleicht kurz vorab einige informationen es ist ein bisschen schwierig natürlich weil ich ja jetzt nicht so der mainstream coach bin der sagt hier hast du eine technik und dann musst du das so und so machen und dann funktioniert alles sondern ich lehre halt das handwerkszeug ja und möchte eigentlich eher ja dann ja selbstständige trader haben in der form die dann selber strategien entwickeln und das wissen halt eben ja von mir bekommen um das zu bewerkstelligen und das kann ich und jetzt hier einfach mal so eine realistische mehr zeitachse würde hier einen kurs oder eine ich werde das noch definieren bis zum webinar das ist nur ganz kurz grundlagenpreis action grundlagen optionen heißt ja dort lernt ihr dort zeige ich dann auf ja wie man die märkte funktionieren das auch ein sehr komplexes thema natürlich aber da wird das werden wir dann schon sehr sehr gut hinkriegen wo natürlich die grundlage ohne das brauchen wir brauchen man gar nicht über andere sachen nachdenken das heißt wenn wenn man da nicht fit ist bricht praktisch das ganze kartenhaus zusammen und dafür würde ich mir drei monate geben oder ihr drei bis vier monate würde ich dann so eine art ja kurs dann anbieten es wird dann wöchentlich sein weil ein zwei sitzungen wöchentlich dass man das schön verdauen kann und man braucht auch eben zeit um das zu studieren das zu lernen also ich bin kein freund ist über das wochenende seminar oder webinar weil das einfach nicht rüber kommt also wenn dann eben halt über drei monate in diesem bereich darauf aufbauend die nächsten sechs monate optionsstrategien vertiefung der option mechanik wie funktionieren die option praktisch anhand von praxisbeispielen trades was auch immer lernen wir wie verhält sich die option et cetera also enorm wertvolles wissen unser job vertiefung preis action expertise ja das heißt du wirst dort fitter werden ich hole dich ab wir werden das in gruppen selbst machen fragen antworten auch hier werden wir dann eben büchentlich richtig reinhauen und dann würde ich dann sagen die nächsten sechs monate perfektion option strategien selbstständiges zusammenfügen entsprechende setups für das passende konto mindset und lebenslage ist ja so es gibt ja nicht die strategie per se sagt hey ja sondern ihr habt ja auch ein leben ihr habt ein konto und da müsst ihr halt auch selber schauen ja was passt zu mir und das handwerkzeug hättest du dann ja vorher macht das alles überhaupt keinen sinn ja und ich habe auch gemerkt selbst wenn leute erfahrung haben ich möchte eigentlich nur dann die coaches annimmt die bereit sind durch die ganze schule hier zu gehen sonst macht das meine meine noch keinen sinn bin voll bull profi ich weiß wovon ich rede und es sind dann so halbwissen halbwahrheiten auch falsch falsches wissen sozusagen im umlauf und wenn einer denkt mensch ich bin schon zwei unterwegs habe ich schon oft gemerkt dass das dass da das bestimmte sachen noch nicht die noch nicht richtig sitzen ja und das möchte ich nicht also wenn ich jemanden coache ziehen wir das durch deswegen auch hier voraussetzungen für meine coaches wären realistische ziele setzen einschätzung zeithorizont es ist kein quick rich und so ein quatsch und es ist auch nicht einfach ja sondern derjenige der sagt hey ich möchte in den nächsten jahren geld verdienen möchte das wissen haben und sie das durch herzlich willkommen wenn jemand sagt ein monat ist mir zu viel nicht herzlich willkommen da gibt es andere coaches aber ich kann euch jetzt schon sagen das wird nicht nachhaltig werden wenn man nicht bereit ist ja das durchzuziehen durchhaltervermögen auf jeden fall darum geht es selbstreflexion das ist einer der größten oder wichtigsten punkte hier dass ihr bereit seid zu lernen anzunehmen und zu lernen viele die auch schon vorbelastet sind mit dem trading in anführungszeichen entweder positiv oder negativ das ist egal die fähigkeit aufzunehmen das zu evaluieren und zu reflektieren das soll gegeben sein dann kommt man weiter und vor allem geduld mit dir lasst euch da ein bisschen zeit geduld mit dem markt und ihr müsst auch geduld mit mir haben ja in der hinsicht also das ist eigentlich so die wichtigsten voraussetzungen das ist eigentlich völlig egal ob du ausbildung braucht man überhaupt nicht sondern einfach gesunden menschenverstand durchhaltervermögen und ziele dass du sagst hey das ist meine welt ich möchte jetzt hier das geld selber in die hand nehmen und das erlernen da mache ich jetzt wie gesagt das webinar dann können wir gerne da fragen beantworten was auch immer das wird das habe ich wichtigste habe ich natürlich nicht drauf geschrieben deswegen sagt ihr ihr braucht geduld mit mir das wird am freitag sein es wird dann natürlich unten stehen beim link freitag habe ich was habe ich gemacht 19 oder 20 uhr optionswebinar vielen dank also orientierungswebinar